Sie ist endlich wieder lieferbar. Es ist wieder soweit. Sie war halt so lange ausverkauft. Unsere tolle Soundbar. Bei Ihnen beliebt wie kein anderes Produkt und wir sind so froh, dass sie endlich wieder da ist. Deshalb jetzt Breaking News. Falls Sie auch die Chance nutzen möchten, falls Sie letztes Mal leer ausgegangen sind und keine mehr von unseren tollen Soundbars bekommen haben, dann ist das jetzt hier Ihre Chance, um zu bestellen. 75,91 Euro ist der Preis für dieses Traumexemplar von einer Soundbar. Also das nenne ich mal Klang. Ja, das ist ein perfekter Klang und das eben nur für 75,91 Euro. Und das ist mal eine Breaking News wert. Wir haben wochenlang drauf gewartet. Jetzt ist sie wieder da. Und Sie kennen das von sich zu Hause. Die Fernseher werden immer größer und immer flacher. Aber das Negative dabei ist, die haben immer weniger Platz für anständige Boxen. Das heißt, die werden dann irgendwo unten auf der Seite oder sogar hinten verbaut. Und dann hast du ein unglaublich scharfes Bild mittlerweile, einen unglaublich großen Fernseher. Aber die Musik oder die Töne, der Klang, das passt einfach nicht mehr dazu. Da ist so ein ganz klares Gefälle zwischen Bild und Sound. Und Steven Spielberg hat mal gesagt, 60 Prozent eines guten Films machen das Sounddesign und der Sound aus. Und ich glaube, der Mann weiß, wovon er spricht. Und es ist so unglaublich, wie einfach ich das machen kann, für wie wenig Geld, nämlich mit unserer Soundbar hier. Und die ist traumhaft schön. Sie sehen sie jetzt hier einmal vor uns stehen. Das ist wirklich nur so eine Leiste quasi. Und in dieser Leiste ist aber ganz viel verbaut. Richtig, Ralf? Ja, selbstverständlich. Wir haben hier zwei Buchsen plus einem Subwoofer verbaut, sodass ich also auch so Actionfilme mal richtig erleben kann, wenn dann der Bass so richtig schön rumst. Und ich kann dieses Gerät jetzt nicht nur die Soundbar, nicht nur vor den Fernseher legen, ich kann sie auch aufhängen. Und im Prinzip... Das können wir ja mal zeigen. Ja, gerne, gerne. Ich sehe hier die ganze Zeit, da sind die Aufhängemöglichkeiten, die sind hier schon dran befestigt. Da sehen wir es rechts und links. Das heißt, hier auch direkt die Löcher vorgefertigt, sodass Sie die einfach an die Wand anhängen können, auch zum Beispiel über den Fernseher oder unter den Fernseher. Ja, und diese Soundbar ersetzt eine komplette Stereoanlage. Mit den neuen Medien bin ich hier live dabei. Erstens mal ist noch ein Radio mit drin verbaut. Ich kann also meinen Lieblingssender hier ohne weiteres über diese Soundbar hören. Des Weiteren haben wir, und da sehen wir es auch vorne, zwei Steckplätze an der Vorderseite. Einmal ein USB, da steckt auch schon ein Stick drin. Und eins weiter unten, ein SD-Steckplatz. Und hier kann ich jetzt mit diesen verschiedenen Speichermedien meine Lieblingsmusik hier einlegen. Wie früher Kassetten oder Schallplatten, das sind sie, die neuen Kassetten per USB oder SB und sie anhören. Und dann haben wir natürlich noch eine weitere Funktion, und das werden alle Smartphone- und Tablet-Besitzer sehr, sehr gerne hören. Denn hier kann ich die Soundbar auch jederzeit per Bluetooth mit meinem Gerät verbinden. Das heißt auch über das Smartphone oder über das Tablet hier seine Lieblingsmusik abspielen. Und das via Bluetooth, dann ganz einfach. Also nicht nur für den Fernseher, sondern auch so für die Musik, die ich zwischendurch gerne höre. Eigentlich eine komplette Stereoanlage mit einem sehr, sehr klaren, einwandfreien Klang, einem hervorragenden Sound. Die Effekte beim Blockbustern kommen raus. Aber auch, wenn ich jetzt mal eine romantische Ballade höre oder so, da kommt es ja viel mehr noch auf den Klang an. Und auch der ist hier perfekt. Und tausende unserer Zuschauer sind zufrieden. Wir haben also wirklich tolle, tolle Rückmeldungen gekriegt für diese Soundbar. Und der Preis ist unschlagbar. 75,91 Euro für ein solches technisches Highlight. Unglaublich. Es ist wirklich toll. Und hier sehen wir nochmal das wunderschöne Bedienpanel hier auf der Seite. Sehr schick gemacht. Hier an unser Soundsystem angeschlossen. Hier der USB-Steckplatz, von dem du gesprochen hast. Darunter der SD-Karten-Slot. Und hier, guck mal, wie raffiniert das gemacht ist. Hier ist quasi dann ein Licht und zwar unter diese tolle Membran gelegt. Also wunderschön gemacht. Ein richtiger Hingucker auch für Ihre Wohnung in dieser tollen Klavierlack-Optik. Das passt überall gut rein. Und dann hat man tollen Klang beim Fernsehen schauen oder auch so mal zwischendurch. Was ich wirklich komfortabel finde, ist auch noch die mitgelieferte Fernbedienung. Sodass ich hier optimal natürlich auch bequem vom Sofa aus zum Beispiel meine Klangstation hier bedienen kann. Richtig. Vom Sofa, wo immer du bist, per Fernbedienung einfach anschalten. NSD, USB oder was auch immer. Ich war neulich bei einem Freund zu Besuch. Wir haben uns so einen DVD-Abend gemacht. Dann hat er mir seine nagelneue Soundbar gezeigt. Ja. Dann hat er gesagt, oh, sieht gut aus, sah ganz ähnlich aus. War von einem anderen Markenanbieter. Dann habe ich gesagt, und was hast du denn gekauft? Dann sagt er zu mir, es war ein Sonderangebot. Und 449 Euro. Dann habe ich nur müde gelächelt. Und habe gesagt, also für das Geld hättest du deine komplette Familie mit Soundbars bei uns ausstatten können. Und einen Klangunterschied habe ich persönlich nicht gehört. Die hier klingt wirklich fantastisch. Das muss man ganz klar sagen. Wir spielen ja immer vor den Sendungen auch mit den Produkten rum. Und ich bin totale Musikliebhaberin. Ralf natürlich auch, glaube ich, noch mehr als ich. Und das ist dann toll, wenn man hier auch durch diese unterschiedlichen Medien, die ich einfach anschließen kann. Du hast es gesagt, per Bluetooth oder einen USB-Stick, SD-Karte. Dass man da wirklich seine Musik auch so flexibel und individuell hören kann. Und das in bester Klangqualität. Was hörst du denn für Musik, Kathi? Ich höre alles Mögliche. Also gerne auch Soundtracks zu Serien oder zu Filmen zum Beispiel. Ich habe heute Morgen von der Serie Empire den Soundtrack wieder gehört. Den finde ich ganz gut momentan. Der ist immer gut. Ich habe heute Morgen geputzt noch, bevor ich hierher gekommen bin, zwischen 8 und 9. Und da ist, wenn man so wischt oder staubsaugt, da finde ich, da gehört immer eine gute Musik dazu. Mit Musik geht sowieso alles leichter. Und wenn ich dann auch die Musik mit so einem tollen Sound hören kann oder natürlich auch meinen Film mal anschauen. Und das muss ja gar kein Film sein. Es können ja auch Musiksendungen sein. Was haben wir denn da alles? Ja, wir haben Viva, VHM-TV für die Jüngeren. Wir haben den Musikantenstadel natürlich auch für die Älteren. Aber das ist ein Unterschied, ob ich den mit so dünnen kleinen Böchschen höre oder dann mit einer solchen Soundbank. immer den Sound richtig hinmachen kann. Oder Helene Fischer ein Live-Konzert mal. Udo Jürgens habe ich erst neulich wieder angeschaut, sein allerletztes Konzert im letzten Jahr. Und ich war begeistert. Und das ist also nochmal so gut, wenn du so einen unglaublich guten Sound hast. Und den garantieren wir hier durch diese Soundbar. 75,91 Euro. Das ist Ihr Preis. Sie können jetzt bestellen unter der PX 13 89 und der 569. Einfach bei den Kollegen im Callcenter anrufen. Ihre Telefonnummer. Das ist hier die 0180 51 51 3 mal die 2. Da können Sie mit den Kollegen sprechen. Einfach die Produktnummer angeben. Und schon ist diese wunderbare Soundbar innerhalb von wenigen Tagen bei Ihnen zu Hause. 75,91 Euro. Das finde ich wirklich einen Wahnsinnspreis für so viel Klang. Und vor allem so schick auch gearbeitet. Das Design ist hier fantastisch gemacht, muss man ganz klar sagen. Und dann über einen Fernseher oder auch so unter den Fernseher gestellt. Dann hast du beim Filme schauen oder auch beim Fernsehen schauen so ein Sportereignis. Stellen wir vor Autorennen. Da hast du dann einen schlechten Klang. Das ist doch langweilig. Du brauchst guten Klang einfach um das richtig zu hören. Ja, du musst es richtig hören. Das ist nicht nur beim Rennen so. Das ist auch im Live-Auto so. Wenn man bedenkt, dass die neuesten Porsche jetzt extra noch ein Soundmodul verbaut haben, um den Sound wieder hinzukriegen, den sie früher hatten. Also für alles bestens einsetzbar. Und sieht toll aus. Die meisten Fernseher haben noch einen ganz kleinen schwarzen Rand. Und das geht dann nahtlos über in diese Klavierlackoptik. Sieht toll aus, klingt toll. Ja, und ist mit Sicherheit auch bald wieder ausverkauft. Deshalb sollten Sie ganz, ganz schnell zugreifen, wenn Sie so eine günstige und vor allem sensationelle Soundbar haben möchten. Und ich kenne die ja theoretisch auch unter den Fernseherstellen, so wie wir die jetzt hier draufgestellt haben. Die hat ja unten extra noch diese tollen Gummifüße hier drunter, sodass die Ihnen auch nichts verkratzt. Also hier wirklich perfekt. Da sehen wir es gerade. Wunderschön gearbeitet. Da kann Ihnen auch Ihr Paket oder Laminatboden, wenn Sie es draufstellen, nicht verkratzen. Oder auch wenn Sie es auf eine Lackkommode stellen, so wie wir es jetzt hier haben. Da passiert überhaupt nichts. Das sieht fantastisch aus, hat perfekten Stand und natürlich diesen fantastischen Klang hier mit diesen beiden tollen Lautsprechern und dem Subwoofer. Hier alles so schön verbaut. Du hast hier einen Teil und hast da drin alles. Also viele, viele Leute, viele Leute schauen im Kino Filme an. Da kommt er ein paar Jahre später im Fernsehen, dann sehen Sie den Film nochmal und denken, sag mal, irgendwas war da anders. Ich kann daraus sagen, was der Sound. Weil der ist im Kino ja unglaublich. Da kommt es von allen Seiten. Und so einen Sound sollte man auch zu Hause haben. Und hier mit einer solchen Soundbar kommen wir eben ganz, ganz nah an diesen Sound heran. PX 1389 und die 569, das ist jetzt Ihre Bestellnummer. Unser TV-Sonderpreis für Sie. 75,91 Euro für unsere tolle Soundbar. Eines der beliebtesten Produkte hier bei uns bei Pearl TV. Sie haben zahlreich zugegriffen. Sie war lange, lange ausverkauft. Und jetzt ist sie endlich wieder da. Das heißt, falls Sie leer ausgegangen sind, jetzt zugreifen und dann den besten Klang zu Hause haben. Egal, ob Sie zwischendurch einmal Musik hören oder auch beim Fernsehen. Ganz einfach an den Fernseher angeschlossen und schon hier wirklich mit bestem Klang die Spielfilme genießen. Herrlich! Jetzt spricht es an Ihnen. Rufen Sie an, sichern Sie sich eine dieser Soundbar. Und dann viel Spaß damit. Vielen Dank.